96 Gemeinden, eine Mission. Als Landeslistenerste habe ich mir vorgenommen, euch alle zu besuchen. Und heute dürft ihr raten, wie lange ich unterwegs war. Mit dem Auto, 96 Gemeinden in Vorarlberg, ein Foto von jeder Gemeinde mit dem Ortsschild. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Es gibt nämlich auch was zu gewinnen. Ein selbstgemachtes Marmeladeglas, Vorarlberger Obst und Wiener Zucker. Ich glaube, eine ganz gute Mischung.